Herzlich Willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Unsere ganze Welt ist digital geworden. Alles besteht nur aus Nullen und Einsen. Fernseher, Computer, das Internet. Alles funktioniert mit solchen Bits mit Nullen und Einsen, wie wir sie hier gerade sehen. Und mit diesen Bits kann man angeblich alles tun, was man möchte. Das wollen wir heute mal ausprobieren. Als erstes können wir ja zum Beispiel mal versuchen, ein Getränk mit Bits zu bestellen. Wir haben hier eine Getränkekarte. Und je nachdem, ob ich die Null oder die Eins hochhalte, kann ich mir zwei verschiedene Getränke bestellen. Ich probiere das mal mit einem Kaffee. Kellner, bitte sehr der Herr. Oh, bekommst. Na, das funktioniert ja schon mal gar nicht schlecht. Jetzt kann man natürlich sagen, dass diese Karte sehr übersichtlich ist. Ein bisschen mehr Auswahl wäre schon nicht schlecht. Na gut, wir können ja zum Beispiel zwei Bits nehmen. Dann verdoppelt sich die Anzahl der Möglichkeiten schon. Oder wir können noch ein Bit hinzunehmen. Dann haben wir sogar noch mal doppelt so vier Möglichkeiten. Und so ist das grundsätzlich. Mit jedem Bit, was hinzukommt, verdoppelt sich die Anzahl der Möglichkeiten. Und genauso, wie es mit unserer Speisekarte gewesen ist, geht das auch mit der Angabe von Himmelsrichtungen beispielsweise. Stellen wir uns mal vor, wir wären in unserer wunderschönen Freiberger Altstadt. Und wir wären auf dem Donutsturm. Und wir wollten angeben, in welcher Himmelsrichtung der Petriturm zu sehen ist. Dann könnten wir um den Donutsturm herum uns so einen Ring denken, der in vier Sektoren aufgeteilt sind. Und jeder Sektor kann durch zwei Bits dargestellt werden. Und jetzt könnten wir vom Donutsturm aus gucken, wo ist der Petriturm. Und wir würden zum Beispiel feststellen, dass er im Sektor 0,1 sich befindet. Damit haben wir die Richtung des Turms schon ganz gut angegeben. Aber dieser Sektor ist viel zu groß. Da ist ja fast die ganze Altstadt-Freibergs drin zu sehen. Und deswegen müssen wir es schon ein bisschen genauer angeben. Also zwei Bits reichen nicht. Wenn wir das Tortenstück noch mal halbieren, können wir noch ein weiteres Bit hinzunehmen. Und dann wird die Angabe der Himmelsrichtung immer genauer. Und noch ein Bit, und noch ein Bit, und noch ein Bit. Und wenn wir schließlich sechs Bits benutzen, dann ist die Torte in 64 Stücke aufgeteilt. Dann haben wir schon eine ziemlich genaue Angabe der Himmelsrichtung des Petriturms. Wir könnten sagen, der Petriturm befindet sich in der Richtung 0,1, 0,0, 1,0. Vom Donutsturm aus würde das dann so aussehen. Und wie wir das jetzt mit der Angabe der Himmelsrichtung gesehen haben, so lassen sich auch alle anderen Messwerte, die wir unten im Bohrloch messen, auch durch digitale Zeichen, durch Nullen und Einsen darstellen. Und je genauer wir einen Messwert angeben wollen, desto mehr Nullen und Einsen müssen wir dazu einsetzen. Und so wird dann bei den vielen Messwerten mit hoher Genauigkeit dieser Strang aus Nullen und Einsen immer immer länger. Und wie dieser immense Zug aus Zahlen von der Sohle des Bohrlochs zur Oberfläche übertragen wird, das erklären wir euch in der Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 hier in Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf! Glück auf! Glück auf! Glück auf! Vielen Dank.